Ja, moin und willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Stream Best Of. Wie versprochen, vorhin ein neues Video rausgehauen, habe ich es schon angekündigt. Bei den Stream Best Of handelt es sich immer um Funny Moments und Kills. Also es geht hier nicht nur um die geilsten Szenen, sondern auch ein bisschen Bullshit Talk und ein paar lustige Momente. Das möchte ich vorab schon mal erwähnen. Wie immer hat Chris das Video für mich zusammen gebastelt. Das ist ein Kumpel von mir, der hier und da immer mal ein Bester für mich zusammen zaubert. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Best Of und nach dem Intro geht es los. Und es werden übrigens mehrere Teile werden. Nur, dass ihr das schon mal wisst, es ist eine Menge Material zusammengekommen. Jetzt wünsche ich euch ein schönes Restwochenende. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Vorsicht, der springt. Der ist in der Luft. Links von dir. Perfekt, die Sound. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit, jederzeit, ich bin bereit. Das ergibt Sinn. Uh, RS-Cos hat einen neuen Namen. RS-Syndicate, das klingt natürlich auch geil. Klingt auf jeden Fall mega besserer als RS-Cos. Meinst du Flux Kreativ Photography? Flux Kompensator. Der Flux Kompensator. Flux Kompensator. Flux, blag. Hallo Flux Kreativ. Ich habe eine Zip-Line gestellt. Und da ist... Oh, ich gehe rein. Ich gehe ins Portal. Oh, ich glaube, die kotzt richtig. Ich glaube, das war frech. Die Hammer gedowned. Und da drüben ist noch einer. Der rennt. Der hat kein Schild. Wollen wir pushen? Jo. Pass auf, einer ist noch hinterm Haus irgendwo oben. Ja. Okay. Down, alles klar. Ein Squad noch. Die sind oben am Gebäude. Hier drinnen oder wie? Ja. Also da waren sie zumindest vorhin. Die haben keine Granaten. Ich wollte gerade sagen, was willst du da jetzt? Granaten. Sehr läuft. Da war schon noch einer geiler. Erste Runde, erster Win. Sehr schön. Was machst du bei 1000 Abos? 1000 Abos würde ich vielleicht nochmal ein Abo zocken machen. Ein fettes. Hab ich mir noch... Ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich habe mich damit noch gar nicht so beschäftigt. Weil seit neuestem geht mein Kanal doch echt ganz gut vorwärts. Eins ist schon da. Oh, da sind Gegner. Fuck, er hat eine Bubble geschmissen. Seid ihr gleich da? Tobi, bist du echt runtergefallen? Ja. Hat er nichts getan? Doch, habe ich. Oh Gott, ist das übel. 19 Zuschauer. Danke fürs Einschalten. Wenn ich jetzt die 20 knacke, habe ich 9 Zuschauerrekorde zeitgleich. Das wäre doch mal nice. 25 Zuschauer, was geht denn jetzt ab? Oh mein Gott, ist das geil. Danke. Jetzt brauchst du echt so eine Huseena. Uwe Seeler. Ne, das machst du doch gerade schon wieder. Tobi hat 21 Zuschauer gerade. Glaubst du es? Wenn es so weitergeht, haben wir nächste Woche einen Star an unseren Esstisch. Uwe Seeler. Er geht da aber aus, ne? Langsame Verbindung. Da. Odala. Oh ja, ist denn da gelandet? Schweini kommen. Hier ist ein Gegner. Da ist down. Da ist noch einer. Beide können, wirst du mal. Okay, runter, down, down, down. Einer fehlt noch. Einer, habe ich gerade gehört. Ich bin safe, weiß nicht, kurz in meine Hose. Ich treffe niemanden. Schweini, wo bist du? Ach nee, das warst du, Diki, alles klar. Ja. Neben uns, neben uns ist... Ja, bei uns ist mitten davor da. Die hat ihn gerade eingesammelt. Ja, sehr schön. Oh, ich treffe nichts. Der ist fast down. Hier bei uns, vor uns runden. Alter. Ja, den habe ich. Warte mal, ich muss erst mal mich selber heilen. Ja, ja. Der hat sich die ist fast down, die Lifeline. Die ist da. Also, die habe ich. Die habe ich. Die ist da, der ist da oben auf dem... Bericht, 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 bericht. Warte, ich höre. Er kommt ganz zu mir. Hol ihn. Der holt gleich die Lifeline. Der holt sie, der holt die Lifeline. Hin, 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 hin. Wo sind die? Oben. Alles klar, Hammer. Sehr schön. Sehr schön. Ja, ich denke dran. Übernacht der Runde mache ich dir das. Jetzt schön konzentration. Soll ich hier eine Zip-Line aufs Dach? Sprich? Jetzt warte mal, warte mal, warte mal. Na, jetzt habe ich sie gemacht. Okay. Er hat kassiert. Er ist unten unter das Fenster. Jetzt hat er sie offen. Der ist unten drin. Vor mir. Vorsicht, er hat zuerst Rack geschnitten. Hab ich, hab ich. Alter. Geiler Sieg. Voll die Maschine. Ich glaube, ich habe 9 Kills gemacht, alter. 27 Zuschauer. Vielen Dank dafür. Was für eine geile Runde. Alter, die war richtig geil. So, da ist noch einer. Fuck. Das war's down. Oh, wo? Hab ich. Wollst du? Oh, hinter uns. Oh, hinter uns. Down. Ja, schön. Sehr schön. Juhu, zweier Serie. Alter, kommt ein Erststreik. Ich kann es mal runter ins Wasser. Also, du könntest mich. Ich bin hinten runter gefallen. Einen hab ich noch. Oh, meine Zeit ist auch gleich rum. Komm. Geh hoch, geh oben drauf. Jetzt. Ich weiß noch nicht wo. Schön, schön. Im Gebäude. Jetzt einer oben, glaube ich. Bewege dich einfach nicht. Guck dich nur um, beweg dich nicht. Du bist in der Zone. Ja, ja, ich weiß. Wenn du das noch gewinnst, dann rass dich. Es scheint auch nur einer zu sein. Ne, 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 es sind zweier. Zwei. Jetzt könnte man ein bisschen früher kommen. Gleich müssen sie nämlich raus aus dem Gebäude. Nach links. Links von dir. Oh, fass. Oh, fass. Der revivet den. Spring runter. Jetzt ist zu spät. Jetzt zu spät da. Die sind unten. Unter dir. Jo. Ich glaube, die sind unten im Gebäude. Ja, aber wo? Unter dir. Direkt unter dir im Gebäude. Unter diesem Vorsprung. Unter dieser Terrasse. Aber bleib mal hier oben. Du bist in der Zone. Guck mal, wo die Zone hingeht. Du bist jetzt, stehst du fast in der Zone. Genau da. Okay. Hast du noch Granat? Guck mal in den Kisten, ob da Granat drin sind. Rechts neben dir die Goldene. Ne. Schade. Was soll er noch? Da war ein Arcs da. Fuck. Direkt unter dir ist ein Granat. Vorsicht, der springt. Der hat in der Luft. Links von dir. Perfekt, die Zone. Nein. Fuck. Das war geil. Fuck. 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 Oh, jetzt habe ich aber einen ganz schönen Zittrich, ey. Meine Fresse. Das war... Fuck. Die hätte man kriegen können. Kacke. Äh. Pathfinder da oben. Ich treffe niemanden. Das glaubst du nicht. Oh, hinter uns war er. Du Wichser, alter. Ich muss mich erstmal heilen. Ich habe noch eine neue Zipline gestellt. Hat der vielleicht eine lila Rüstung? Wer hat er? Okay. Wollen wir die Zipline nach oben nehmen, die ich da gestellt habe? Okay, wollen wir nicht. Okay. Alter, stirb doch endlich mal, du Ratte. Oh, super gemacht. Danke. Sehr schöner Sieg. Sehr schöner Sieg. Okay. Wasser passt sich ausbinden. Ich habe noch eine p